Hallo, in diesem Video geht es um die Sopranstimme von dem kleinen Stück Wemkern-Segler. Starten wir gleich von vorne. 4, 5, 6. Nochmal bis da. Weiter. Und noch mal ab dem dritten Takt. 4, 5, 6. Weiter. Gleich noch mal das Ende. Nur die paar Töne. Nochmal. Und einmal noch. Gleiche Stelle. Wir fangen bei der gleichen Stelle an und singen dann bis zum Schluss. Noch einmal den Teil. Jetzt starten wir noch einmal den Takt 3. 4, 5, 6. Jetzt würde ich das Stück gerne noch durchsingen. Beide Strophen von vorne. 4, 5, 6. 5, 6. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war es auch schon für heute von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch bei der Erarbeitung von diesem kleinen Stück geholfen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr das nicht schon getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!